Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,1 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, habe mit dieser Kette eine Tanne von einem Durchmesser von 26 cm Höhe 5 m klein gemacht und sägt immer noch gut bin also sehr zufrieden. Sicherlich lässt sich die Kette auch 1 oder 2 mal schärfen. Ersatzkette Dolmar S. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.